In jeder Schule gibt es ein Mädchen, mit dem jeder befreundet sein möchte. Wir beide gehen heute aus. Zieh dir was Süßes an, okay? Du machst du mal das, was Jennifer dir sagt. Ich mag einfach nur dieselben Dinge, die sie mag. Und für mich jeder Junge... Hey Jennifer, du siehst echt heiß aus. ...sterben würde. Wieso kommst du nicht einfach zu mir? Ja, hab ich gerade richtig gehört? Hier wohnst du nicht wirklich, oder? Spielen wir doch Mami und Daddy. Oh, fuck. Bei Pyjama-Partys teilen wir uns doch immer das Bett. Jennifer ist böse. Ich was? Nein, ich meine, sie ist richtig böse. Nicht nur böse. Megan Fox. Ich finde, Chip sieht in letzter Zeit richtig süß aus. Hm, wie schmeckt der denn so? Du warst nie eine gute Freundin. Du kannst jeden haben, den du willst. Warum Chip? Amanda Seyfried. Du tötest Menschen. Nein, ich töte bloß, ja. Jennifers Body. Jungs nach ihrem Geschmack. Ich mach dich fertig, wenn es sein muss. Ach ja? Du bist ja schon nach dem Vorspiel fertig. Du bist ja schon nach dem Kino. Du bist ja schon nach dem Kino.